Immer wieder die Nachfrage, ich hätte gerne einen Kaffee, der sollte möglichst säurefrei sein. Warum ist das gar nicht so einfach? Ich bin der Jürgen, ich bin ein Röster und ich erzähle dir ja alles über Kaffee. Ich weiß, ich habe schon häufiger über das Thema Säure im Kaffee gesprochen und ich persönlich bin auch kein Freund davon, also von diesen sauren Getränken, die mir dann irgendwie auch auf den Magen schlagen. Und die Säure hat aber letztendlich ganz viele Ursachen. Also grundsätzlich kann man sagen, dass Arabica-Bohnen von der Enzymatik her einfach grundsätzlich mehr Fruchtsäuren mitbringen als jetzt zum Beispiel eine Robusta-Bohne. Also könnte man schon mal sagen, okay, für meinen Siebträger, dann gehe ich eher vielleicht auf Arabica-Robusta-Mischung oder auf reine Robustas, um einfach da schon mal grundsätzlich weniger Säure drin zu haben. Der zweite Punkt ist aber auch, wie wurden die denn geröstet? Das habe ich auch schon häufiger erzählt, dass wir eine Langzeitröstung machen, und wir eben versuchen, soweit es eben wie geht, die unerwünschten Säuren, wie zum Beispiel die Chlorogensäure, eben rauszurösten. Das ist beim Industriekaffee anders, weil die einfach andere Prämissen haben. Die müssen auf den Preis gucken. Die haben kein Geld und keine Zeit, um das letztendlich so lang Zeit zu rösten. Deswegen da auch wieder die Empfehlung, geht zu einem Kaffeeröster eures Vertrauens und lasst euch da entsprechend beraten. Das ist so der eine Punkt, die Kaffeeseite, wo ich Einfluss drauf habe. Jetzt ist es ja so, beim Kaffee, dass die Leute mein Produkt kaufen und dann zu Hause anwenden und verändern. Und das habe ich auch schon häufiger erklärt, was denn auch zusätzlich noch Ursachen sein können, wenn der Kaffee eben sauer schmeckt. Das eine ist natürlich, sagen wir mal, das falsche Mahlen. Deswegen, Mühlenprediger, wisst ihr ja, wenn der denn zu grob gemahlen ist und dann zu schnell extrahiert in einer großen Menge, dann werden nur die leichtflüchtigen Bestandteile gelöst. Zack, sauer. Der zweite Punkt, das habe ich auch schon mal ausführlich erklärt, ist halt die Brühtemperatur. Also gerade bei Kaffeevollautomaten haben wir ja schon mal gehabt, alles das ganze Thema. Wenn die zu kalt brühen, dann haben wir das gleiche Thema. Es ist eine Unterextraktion, weil einfach nur durch die niedrigen Temperatur diese leichtflüchtigen Bestandteile gelöst werden und die sind halt die sauren. Und wenn du da so einen kompletten Geschmack haben möchtest, dann brauchst du eben auch Extraktionszeit und auch Temperatur, damit dann eben auch die erwünschten Gerbstoffe mitkommen, damit das Ganze dann eben schön rund wird. So, und das ist halt für mich halt immer dann so schwierig. Ich kann natürlich schon gewisse Sorten empfehlen, die weniger Säure haben. Man darf aber auch nicht vergessen, Kaffeebohne, Kaffeekirsche, Kirsche, Frucht, sauer. Klar, daher kommt das ganze Thema, ja. Man kann als Röster das ein bisschen beeinflussen, wie gesagt, durch die Röstdauer, durch die Röstzeit, durch den Röstgrad, den man da so wählen kann. Aber man kann eben auch unglaublich viel falsch machen eben bei der Zubereitung. Und das ist halt, ich sag mal, die Kombination aus allem. Also um ein perfektes Ergebnis eben zu haben, brauchst du eine gute Bohne, brauchst du eine gute Mühle und eine ausreichend gute Extraktion mit der passenden Temperatur. Leider ist das so kompliziert. Leider ist das so, ich bitte. Jetzt kommt das so, ich werde nicht mehr werden.